Moin zusammen, meine lieben Freunde. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge von Craft Attack 5. Bevor die Folge losgeht, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich am Samstag, also morgen, um 10 Uhr einen riesengroßen Open-End-Livestream mache, in dem wir direkt mit Craft Attack 5 beginnen werden. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dazu einschalten, www.twitch.tv slash gtime.tv und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der ersten und voll chaotischsten Folge Craft Attack 5. Viel Spaß dabei! Was geht ab, meine Freunde, zur neuen Staffel Craft Attack 5. Hallo Leute, wie geht's? Was geht ab, meine Freunde und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Craft Attack 5. Mit dabei ist der liebe Kunga und der Gamers-Time. Hallo, hallo, hallo! Hallöchen! Ich raste aus, eine weitere Craft Attack-Staffel wieder amplified, Leute. Wir eskalieren wieder richtig. Ich kann's nicht glauben, Michael. Das Trollen möge beginnen. Ich freu mich auch total. Erinnerst du dich noch damals Staffel 1? Ja. Wo ich das erste Mal getraut hab, dich zu fragen, ob du mit mir aufnehmen würdest. Wo ich noch ein richtiger Fanboy war. Und es ist so krass, es gab wirklich so viele Minecraft-Projekte, ne? Es gab wirklich so viele Minecraft-Projekte, aber keins hat sich a, so lange gehalten wie Craft Attack und keins wird so sehr geliebt von den Teilnehmern wie Craft Attack. Ja, jeder mag Craft Attack. Jeder mag Craft Attack. Guckt mal, Leute, ohne Scheiß, alle sind heute, wir haben gesagt, wir machen um 20 Uhr Aufnahmetermin und das ist das erste Mal, ich glaube, in meiner ganzen YouTube-Zeit, dass es wirklich um 20 Uhr, dass wirklich alle da waren. Alle. Ohne Witz. Ohne Witz. War wirklich so. Richtig geil. Aber die Frage ist, wo gehen wir hin? Ja, genau. Das ist die Frage, wo wollen wir leben? Sollen wir als Nachbarn leben, Leute? Ja, das auf jeden Fall. So, komm, ich möchte wirklich, ohne Scheiß, was ist Minecraft Craft Attack? Boah, immer Leute, um mich, auf die ich die Schuld schieben kann. Ist ein Vanilla-Projekt, wo wir einfach gesagt haben, Spaß haben, zusammen bauen, zusammen geile Videos machen. Genau. Und wir drei werden damit beginnen. Heute, vier und jetzt. Und es gibt eigentlich so gesehen keine Regel. Es gibt keine Regel, außer, dass ich der Coolste bin. Genau. Ja, stimmt, das ist aber keine Regel, das ist ja wie so ein physikalisches Naturgesetz. Weißt du, das muss man ja nicht vordiffenieren. Okay, ich bin schon auf Hälfte Leben. Ja, bei uns läuft gut. Oh, hier sind Kühe! Ja, Kühe! Hä? Da sind solche, hä, was sind das denn für Steine? Das sind die aus dem Biom. Hä, warum gibt's die hier? Was, das sind bemooste Steine? Die gibt's immer in dem Biom. Hast du noch nie bemooste? Ich hab vergessen, Zander hat ja ein Jahr lang kein Minecraft mehr gespielt. Was, es gibt ein Rezeptebuch? Zander hat vergessen, was Minekraft-Let's Play ist. Warum kann ich die Blöcke hier abhauen? Hier ist alles viereckig in dem Spiel, warum? Warum ist die Grafik heutzutage noch nicht so fortschrittlich? Ja, wirklich, Alter, ohne Scheiß. Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich hab Craft Attack echt schon ewig nicht mehr gespielt. Jetzt ernsthaft. Das letzte Mal war wirklich Craft Attack aktiv. Nee, und guck mal, das ist Karma. Craft Attack lange nicht mehr gespielt. Oh je, es fängt gleich an zu regnen. Ja, Kevin hat sofort ein Schwert gemacht. Guck mal, wie schnell der ist. Wie fandet ihr denn gerade den Anfang von Craft Attack? Aber warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich runtergehen, direkt Diamanten holen. Ja, genau, erste Folge direkt Diamanten wieder in den Titel schreiben, ne Kevin? Richtiger Clip-Hater. Man muss ja immer wissen, woran bleibt. So, wo bauen wir denn? Bauen wir hier, oder was? Ja, ich würde sagen, wir holen uns erstmal Ressourcen. Das ist ja echt ein Rezeptbuch. Ich hab Leder. Wir brauchen erstmal Ressourcen, um halt, ja, um einen Überblick zu schaffen. Baut euch Pilze ab, könnt ihr Pilzluppen von machen. Ja, stimmt, hat Sache. Hat Sache. Boah, kann der nicht bitte Regen ausmachen, ey? Ey, guck mal, da ist Riol. Ich wusste gar nicht, dass der mitmacht. Ja, siehst du mal. Nee, ich wusste das wirklich nicht. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Wo ist mein Craft Menü? Ach, da. Hä, was ist das? Man braucht, glaube ich, weiße Pilze, äh, rote Pilze noch, ne? Ey, wie krass ist das denn, Alter? Seit wann ist... Ich hab Kohle! Das ist ja total krass. Und Leute, meine erste Folge, und wahrscheinlich die Folgen auch danach, aber nicht dauerhaft, werden komplett ein Vanilla sein. Also kein Shaderpack, kein Resourcepack, keine Mods, gar nichts. Nur Optifines drauf. Alter, wie geil ist das denn? Man braucht die ganze... Kacke jetzt da nicht mehr in die Werkbank legen. Man klickt da einfach drauf und hat das dann direkt. Und ich klick's auch noch in die Werkbank die ganze Zeit, wie so ein Nass. Hä, das ist ja mal richtig geil. Wie machst du das denn? Du musst einfach nur das, was du im Inventarst, und dann kannst du einfach da draufklicken. Fertig. Wie, was du im Inventarst, da draufklicken? Pass auf, du öffnest doch dein Inventar, ne? Ach, da, ja, ich seh's. Wie nice ist das denn? Hä, ich hab die Version noch nie gespielt. Ja, ja, das kann ich auch noch nicht mit dem Rezept. Weißt du, wie krass das Feature ist? Das ist wirklich krass. Wenn ich jetzt in deiner Nähe wäre, würde ich dich liebkosen. Bist du doch, komm her. Ja, aber ich würde dich gerne im echten Leben liebkosen. Okay, soll ich vielleicht einfach mich zurückziehen, so? Nein, wir können uns auch zu dritt liebkosen. Pass auf, warte, warte. Ich betone es ein wenig mehr. Alle drei zusammen. Alles klar. Komm, weil Skate läuft. Oh nein, Creeper! Ey, Boys, wo seid ihr überhaupt? Ich bin grad hier Kohle am getten, 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 gains, gains, gains. Was ist los denn? Was ist los mit dir, Junge? Ich bin einfach nur glücklich, bis Kraftwerk wieder losgeht. Ich bin so glücklich. Wollte schon grad sagen, bist du zu arm, um dir so ein Heilgerät zu kaufen. Jeder Zelle meines Körpers ist glücklich. Was halt Spaß macht. Jeder Zelle meines Körpers geht's gut. Jeder Zelle meines Körpers ist glücklich. Jeder Zelle meines Körpers ist glücklich. Und wir haben mal eine extravagante Map. Wir brauchen auch mal was anderes wieder. Wieso extravagant? Junge, was ist los mit dir? Der ist auch glücklich wegen Kraftattacke. Das ist die Hymne. Das ist unsere Hymne jetzt. Come on. So. Warum renne ich eigentlich zu Riol? Ich will nicht zu Riol. Riol ist eigentlich cool, aber ich will jetzt gerade nichts zu dem. Wo seid ihr denn jetzt? Ey, ich verhunger gerade. Was ist das? Ihr seid ja weggelaufen von mir. Ich hab mir cool und organisiert und noch hat ihr weg. Nee, ich bin da, wo unsere erste Merkbankstand steht. Oh, ein Skeleton attackiert mich. Ein... Ey! Der macht sich kaputt, Junge. Nein! 100% nimmt sich das Skelett auseinander. Oh, nein! Ein Herz! Alter, Micha, ne? Ich verzeih dir das niemals. Ich möchte bitte, dass du mir sagst, wo du bist. Dann helfe ich dir. Ich hab alles. Lass mal auf irgendeinem Riesenberg ganz hoch klettern und dann da Base aufbauen. Da ist Kevin. Nein, 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 bitte nicht ganz hoch auf den Berg. Du musst immer hoch und runter. Kevin, du musst mir helfen. Äh, mach das alleine. Nein! Die kommt zu mir. Ich bin fast tot, Junge. Ja, ich helfe dir nicht. Du stirbst jetzt. Du stirbst jetzt, ohne Witz. Boys, ich lass dich jetzt alleine. Ach, du hast vergessen, dass ich Minecraft-Profi bin. Ich hab die Stelle gefunden, Leute. Ich hab die Stelle gefunden. Hey, kipp das wieder her, die Spinnweben. Komm, wie der mir das klaut. Ich töte die Spinne und du klaust es. Ja, ja. Eiskalt, Junge. Okay, du weißt schon, ne? Du bist der Erste, der getrollt wird von mir. Wie du direkt übertreibst, Kevin. Weißt du, ich hab die Spinne... Du sagst nicht über... Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Keiner weiß nicht. Roger, Roger. Junge, was ist hier los mit euch? Was ist hier los, ohne Witz, ey. Ist okay jetzt? Habt ihr euch wieder eingekriegt? Ich hab jetzt mal einfach... Ich will meine Spinnweben wieder haben. Guck mal, hat sie geklaut. Mit ihren Balls chillt. Kann man nicht Pilzsuppen mit nur einem Pilz machen. Du kannst auch Kuhsuppen mit nur einer Kuh machen. Kevin, hier. Guck mal, weil ich ein guter Freund bin, gebe ich dir die Sachen, die ich eigentlich verdient habe, gebe ich dir. Alles klar, Kunga. Ey, Kunga, ohne Witz, wenn du zu mir kommen würdest, ne? Wo bist du denn? Ja, ich bin... Achso, ey, Kunga, hast du eine Kohle für mich? Ja. Gegen ein Spinnauge. Ja, warte, gebe ich dir. Moment. Hier muss man direkt Handel von Anfang an betreiben, weißt du? Ja, wir sind richtige Händler. Ja, Mann. Ja, ich sterbe, ne? Schreib direkt den Titel, erster Villager Shop online. Ja, Villager Shop in der ersten Folge gebaut. Wo bin ich denn? Ich bin Amazon in Craft Attack. Ich bin Amazon in Craft Attack. Wo bist du? Ich bin hier vorne an so einer Stelle, wo Kohle ist. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gestorben. Nein. Nein, Kunga. Ahan. Hier ist ein Creeper. Ich muss den immer so mit einem Auge... Aber warte, ich weiß, ich weiß, wohin ich muss. Da ist Ryol. Okay, machen wir 10 Minuten und 10 Sekunden bitte Aufnahme, dann kann ich 27 Mal Werbung schalten. Ja. Voll gut, ne? Mhm. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, wo seid ihr bitte, Boys? Wir sind da, wo wir am Anfang an waren. Wir sind da gar nicht weg, wir sind da nie weggelaufen. Ja, ich bin da, wo der Anfang, wo die Lava runterläuft am Berg, da bin ich noch. Ja, okay, ich sehe die Lava. Also zumindest glaube ich das. Ich komme da jetzt hin. Ich bin direkt am Berg da. Ich bin direkt am Berg da. Boah, der Regen, der kann echt... Ich bin jetzt mal aus, oder? Also wirklich. Erste Aufnahme, direkt Regen, ey. Die ganze Zeit. Hier, Kuga, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ja, ich bin auch zu mir an meine Dingens gelaufen. Ich bin ja hier gestorben. Ich habe Toggle Downfall gemacht. Ich bin ja OP, weißt du, deswegen. Ich habe... Ernsthaft jetzt? Stell dir... Ja, der Regen packt aber echt alle ab. Das war jede Staffel so. Jeder hat immer gesagt, kann man Regen ausmachen? Es gab einen, der gesagt hat, ja, lass den Regen hinterher an. Villager Shop. Was willst du kaufen? Villager Shop. Willst du das kaufen? Ich bin ja auch. So, ich komme jetzt zu dem Lava-Wasserfall. Ist das so ein Einer-Wasserfall, ne? Ja, ja, genau. Komm, da hinten, da ist Villager Shop. Ja. Guck mal, nicht, wir haben Villager Shop schon gebaut. Alter, hier sind Zombies und Skeletze. No way, nein, 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 ich habe nur noch zwei. Komm auch rein, warte, ich mache dir Platz hier. Der, der Digger, nein, 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 nein. Weißt du was? Ey, es laggt so heftig bei mir, Mann. Ein Pfeil, du bist direkt tot. Das hat mir zwei Herzen abgestrungen mit einem Pfeil. Du bist gerade zu frisch gespawnt, läufst um die Ecke und dann einer von Düsseldorf Skelett schießt so aim in dein Auge. Wow, der hat so richtig nen Köcher und so. Es ist genau so, wie du das gerade beschrieben hast, Kunga. Your recipe is unlocked. Wo bist du? Wichtig ist, erste Folge immer direkt auf Diamanten gehen. Seid ihr bei Riol in der Nähe da? Ja, ja, ja. Ja, genau, erste Folge immer wichtig. Habt ihr gesehen, wo ich gestorben bin? Nein. Ja, super, ey. Ich hab voll viel Essen. Ja, Riol hat bestimmt alles geklaut, der Gauner, kann ich mir vorstellen. Habt ihr was gefunden, Micha? Ich bin gestorben. Ey. Warum bist du gestorben? Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich jag gerade Petrit. Alter! Das kann doch nicht sein! Mach mal Tag! Ey, Mann! Mach mal Tag! Mach mal Tag! Guck mal! Mach Tag jetzt! Ne, das ist zu much! Das Spiel ist zu schwer! Nein! Das ist jetzt durch! Da müssen wir jetzt durch, Leute! Das Spiel ist zu schwer! Ich will das nicht mehr spielen! Ich will das nicht mehr spielen! Ich will das nicht mehr spielen! Das Spiel ist von hinten Urlyboyzüßen. Oh, Creeper! Oh, Creeper! Junge! Das ist schon voll die Eskalation direkt erst! Ich seh doch so, die Urlyboy springt und genau in die Iris des Creepers mit seinem kleinen Das ist alles deine Schuld, Fisch. Du Arschloch. Alter, wie geil war das denn? Du hast dir die Creeper geschubst. Ich hab so viele Sachen gehabt. Der war so geil, der Tod. Und Early Boy heult schon in der ersten Folge, ey. Ich hab schon vier Tode. Ja, ich hab auch schon zwei oder zwei. Ihr habt fünf Tode. Und ich sterbe wieder. Wo sind meine Sachen, Fisch? Die Skelette sind viel zu stark. Warte, Early. Warte. Wo sind meine Sachen? Warte, bitte. Die Skelette sind viel zu stark. Die sind voll viele Menschen. Man sieht, wie Menschen lebensraumschaffende Objekte konstruieren. Was? Habt ihr euch schon ein Haus geclamed? Was redest du da, Kunga? Hä? Menschen schaffen ihr Lebensraumschaffende Objekte zu generieren. Alter, ich bin unziggelt. Ey, ich weiß nicht mehr, wie ich zu... Ah, da ist unser Homehood. Ja, genau, Skelett. Gib mir doch direkt von Berlin aus den Pfeilen, mein Arschloch. Und Kevin, hast du schon deine Monster-Farm fertig? Wer hat das gesagt? Deine Villa gebaut? Kevin hat schon sieben Diamanten gefunden. Ja, genau, Alter. Hier ist eine Witch. Skelette, alles, Jumel. Mach doch direkt einen WoW-Raid. Bist du gestorben? Ich meine, das hat mich... Kevin, du musst mir helfen. Du musst mich helfen. Alter, direkt am Spawn ist ein Skelett so. Weißt du, als ob hier nicht jeder spawnt und von diesem Skelett angegriffen wird. Anstatt es einfach mal zu töten, weißt du? Nein. Alter, ey. Das ist so... Alter, ohne Scheiß. Guck mal, Kevin, wie bei mir läuft, aber... Wieso, was... Wie läuft bei dir denn? Du musst gucken, komm. Bei mir läuft unnormal krank. Ja? Ja, du musst es aber sehen. Was hast du denn schon? Ja, Bruder. Geht's nix an, aber wenn du gut zu mir bist, zeig ich dir. Pass auf, soll ich dir zeigen, wie bei mir läuft? Wie oft ich dieses Skelett, das geschlagen habe? Guck, Lederrüstung, Bruder. Junge, Junge. Der läuft bei dir richtig heftig. Wir machen jetzt direkt Eisenrüstung. Tons, schnell. Danke, Mann. Danke. Richard, komm jetzt. Ja, ich versuch die ganze Zeit zu kommen. Oh, bist du schon ein bisschen älter und es ist schwer geworden oder was? Guck im Chat, guck im Chat. Alter, leckumio. Wie lange machen wir die erste Folge? Erst wirft mich so eine Witch ab. Wir machen eine Stunde. Ja, ne? Hey, wir machen eine Special-Folge, XXL, Alter, mit Timelapse jetzt. Ich schneide den ganzen Ton raus, ich mache nur Timelapse. Ja, nur noch. Wegen Fortschritt. Da baust du Themenpark. Bisschen Progress machen. Aber bitte mit dem Counter, wie oft du stirbst. Ja! Boah, nein! Ich bin so ein Schirmkopf. Ich springe über die Klippe und falle auf der anderen Seite wieder runter. Ey, ich werde verfolgt von einem Zombie nach dem anderen. Hä, hat hier schon einer eine Bahn gebaut? Ja, die deutsche Bahn. Ich höre hier schon Loren rumfahren, was ist los? Aber die kommt ab und zu verspürtet. Bestimmt Spark. Ja, Mann. Spark hat schon so eine Maschine, die alles abbaut für den. Der hat schon eine Query gebaut. Spark macht schon eine finale Folge für Craftsack 6. Holy shit! Holy shit! Raus hier, raus hier, ganz schnell. Wer bin ich denn hier? Ach, Alter. Ohne Witz jetzt mal, ne? Weißt du, wie lange dauert denn bitte die Nacht? Oder ist einfach immer Nacht? Ist krass, ne? Das ist das so neue Special bei Craftsack Folge 5. Zum Beispiel nur noch nachts. Auf Hardcore aber dann bitte. Kein Bock mehr. Ich muss nicht zu sein. Boah, Micha, bei dir läuft gut auf jeden Fall. Ja, ich muss nicht zu sein. Alter, was ist denn hier los? Du spawnst und hier ist richtig, richtig WWE Smackdown, Dinger. Zombies gegen Skeletze. Ja, das ist halt echt so. Alles Mögliche. Hier, es kommt Bully Escalation Modus. So, jetzt weiß ich, wo ich stehen muss. Jetzt komm ich zu euch, Boys. Boah, Alter, bei Game at the Time läuft. Boah. Weißt du, man sieht direkt, dass Game at the Time Streamer ist, der jeden Tag zöscht und streamt. Aber bei dem läuft, Alter. Der hat jetzt schon voll viel gestreamt. Hä? Der hat jetzt schon was? Direkt Aufnahmetermin hab ich gestreamt. Was? Micha, ich wüsste bei dir mal unsere Koordinaten, ja? Ich bin gleich da. Ich will auch die Koordinaten. Ich will meine Sachen wieder haben, Gunga. Hä, welche Sachen? Nee, die Zander haben wir geklaut. Dinger, weißt du, wo die liegen? Wo? Bei X227. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, glaub ich nicht. Geh gucken. Geht da nicht gucken. Doch, bitte. So, ich bin jetzt hier an dem Lava-Wasserfall. Wo seid ihr? Wir sind hier in der Tür drinnen. Hier. Da, ich. Ja. Und hier hinten lag mein Zeug rum. Das ist bestimmt nicht mehr da. Hier bin ich gestorben. Boah, wisst ihr, wie viel Zeug ich hatte? Ja. Alter. Alter, vielleicht war die Leuchtkarriere, na? Das war scheiße. Ich hatte richtig viel. Ich hatte voll viel Essen. Ja, und ich hatte richtig viel Fleisch. Junge, ich höre euch immer nur rumjammern so. Ich hatte voll viel, ich hatte voll viel. Ja, hast du nicht jeder in dem Erdloch verkrochen? Kevin hat schon voll dir. Und du, mach hier auf, Kevin, bitte. Kevin, hast du Essen? Was denn? Ich bin doch, mach doch die Tür auf. Ich habe doch nichts. Nee, Kevin, ob du was zu essen hast? Mach doch die Tür auf. Mach die Tür, mach, mach, mach. Bau zu und dann die Tür zu. Ja, okay, beantworte mir nicht, ob du was zu essen hast. Warte, ich habe nur ein, äh, nee, ich habe gar nichts mehr. Okay. Er hat nichts. Frank geworden. So. So. Ah, Werkzeuge. Ich brauche Werkzeuge. Vorsicht nicht, Kunga, nicht einfach runtergehen da. Ja, ich, ja, ich bin an deiner Höhle vorbeigeht. Ach so, ich, ja, ich meine, ich meine nur, weil da sind Skelette, deswegen nicht, dass du stirbst. Wow, 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 wow. Hast du Stein, Kevin? Ich habe ganz viel Stein, Micha. Doch, ja, wo bist du denn, Kunga? Bist du oben, oder was? Bist du in unserer Hood? Ja, ich bin oben in der Hood. Ja, ich komme. Hey, ohne Witz. Das ist richtig geil hier, ne? Ja, Mann. Wir können das alles für uns beanspruchen. Warte, ich stelle hier einen Stein hin, dann sage ich, das ist unserer. Ja, aber ich glaube, man kann aber erst Folge langsam beenden, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen erst mal Schluss. Ja, ne? Schluss mit. Also auch beziehungstechnisch. So, das war's mit Craft Attack, Leute. Wenn ich kann nicht Schluss machen hier, oh Gott. Dann bitten wir euch, eine positive Bewertung zu droppen, damit wir die meisten Likes in ganz Craft Attack heute haben. Und bitte abonniert noch meinen Kanal, an die Zuschauer von Kevin, Zander und Earlyboy. Abonniert meinen Kanal, weil mein Content, der ist viel besser. Genau, also damit meint der Zander-IP. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, jobbt auf jeden Fall mal eine positive Bewertung, also an jeden, der mindestens einmal kurz gekichert hat. Und wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall bei den anderen Freaks vorbei, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.